hallo allerseits herzlich willkommen zu turbosliders unlimited das ist ganz offensichtlich ein rennspiel und zwar ein sehr cooles weil sehr offenes mit vielen möglichkeiten sachen selbst zu gestalten wir starten einfach mal rein würde ich sagen welcome to the race challenges finish in the top 12 to unlock more events das werden wir mal machen hoffentlich so los geht's okay wir brauchen definitiv die bremse was ich sehr cool finde ich mein arcade racer wo man einfach nur mit full speed durchfährt sind auch ganz schön hier kann man auch grundsätzlich sehr sehr viel gas geben aber bei diesen engen kurven muss man doch auch kurz die bremse betätigen wie gesagt finde ich richtig cool wir sind momentan auf platz 25 tendenz sagt man hier steigend nicht sinkend ja wir arbeiten uns noch vor hoffentlich so hier haben wir nur noch einen vor uns wir haben allerdings auch nicht mehr allzu viel zeit das war das war nicht gut aber wir holen auf letzte runde und zumindest kurzfristig sind wir mal erster ich hoffe dass wir das bis zum schluss durch durchbringen ich finde es eigentlich grundsätzlich die bis jetzt die ki ziemlich cool die fahren jetzt nicht stur die die ideallinie oder ja die die wirken irgendwie ja klingt blöd blöd aber irgendwie lebendig jawoll okay und da können wir jetzt den anderen zu sehen hat okay sehr cool wir sind traffic divider moment das ist jetzt aber wieder machen wir das mal kurz weg ach so ich bin hier auf restart gegangen okay das ist das nächste so it begins another race with the same car sporty the competition is getting slightly tougher making winning harder ja schon alleine wenn man sich die strecke hier ansieht okay ein bisschen länger noch warten dann hätten wir einen besseren start ja okay das sind schon okay lass mich hier raus die haben teilweise eine richtig coole lackierung ich will auch sowas sehr gut position 7 oh das war glaube ich gar nicht so schlecht position 4 okay zumindest kurz vom gas runter gehen teilweise ein wenig bremsen das ist meistens ausreichend schon ah das wird jetzt wirklich schwieriger oh diese kurve bin ich eindeutig besser gefahren als der gegner das war nicht so ja da vorne sind sie oh das war schlecht das war richtig schlecht und sofort sind sind zwei gegner hier letzte runde ah die sind viel zu weit vorne glaube ich da habe ich hier eher zu kämpfen dass ich am dritten platz äh bleibe ah die sind zu weit vorne das wird leider wohl nichts mehr werden ja da habe ich glaube ich am äh am anfang des rennens schon schon einiges äh an zeit verloren ah finde ich gut dass das nicht so ja ja okay äh dass das nicht unbedingt so kanonenfutter ist äh und und ich quasi hier durchfahren kann ohne irgendwelche probleme immer erster immer erster aber wir bekommen auch als dritter drei sterne in dem fall sehr cool jetzt will ich mal kurz äh genau hier können wir schauen progress 8,9% wir haben hier auch time trials die wir spielen können machen wir hier mal ein rennen drei level äh drei laps okay naja war okay würde ich sagen der start boah das sind richtig enge kurven also wie gesagt die fahrphysik gefällt mir äußerst gut ist schon arcadig aber eben nicht rein bleifuß aber das war schlecht genau ja man kann durchaus die die ganzen die ganzen kurven falsch anfahren und dann verliert man auch äh richtig äh an zeit oh was war das oh okay also mit b ähm ist leider zurücksetzen hier können wir verschiedene kameraperspektiven oh okay das ist auch interessant was haben wir hier noch okay die hier finde ich jetzt nicht naja ist ist auch hat auch was sind irgendwie alle äh interessant mhm 1,52 und wir haben 1,52 6,97 äh das machen wir jetzt nochmal kurz das kann nicht sein oh und das ist auch cool wir haben hier einen ghost unsere beste rundenzeit scheinbar ach das würde schlecht ach das würde schlecht okay also wir ich glaube das werden wir auf jeden fall schaffen weil wir haben ja äh richtig richtig viel zeit verloren äh indem wir uns ein paar mal zurückgesetzt haben also ist das glaube ich mit leichtigkeit zu schaffen oh Oh, komm, 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 komm. Auch wieder richtig blöd viel Zeit verloren. Aber das sollte sich leicht ausgehen. Ja, zumindest ein Stern. Von Two Stars 1,46. Okay. Aber wir hätten das nächste schon freigeschaltet. Und vor allem, das ist cool, Get More Campaigns. Wir können hier den Steam Workshop öffnen. Und hier gibt's Kampagnen. Richtig cool. Wir werden trotzdem vorerst hierbei bleiben und genauso Moment, genau hier. Okay. Wir machen hier kurz mit Maus. Wir können hier Levels selecten. Mehr Levels wieder auch hier im Steam Workshop bekommen. Vehicles. Wir haben Sporty, Drifty, Grippy, Speedy. Und wir haben More Vehicles hier. Und auch richtig mit unterschiedlichen Stats. Also das ist richtig cool. Random, choosable, different, fixed. Wir können sogar ja, bei der KI umstellen. Die Stärke, Shuffle Order, Human Start Position, Force Vehicle. Also richtig cool. Events. Wir, also da können wir echt wow. wie viele Punkte wir bekommen. Also richtig richtig viele Sachen können wir hier einstellen. Wow. Split Screen gibt es auch. Also richtig cool. Wir spielen noch ein oder zwei Runden hier. das macht einfach Bock. Ah, endlich, endlich ein vernünftiger Start. Ja, aggressives Fahren zahlt sich hier aus. Ach, mehr oder weniger, man muss trotzdem die richtige Linie bei der Kurve erwischen. Sonst verliert man einfach zu viel Geschwindigkeit und somit auch Positionen. Ja, es macht schon einen Unterschied, ob man relativ schnell aus diesem gedrängten Feld hier raus kommt. So, jetzt zum Beispiel sind wir Position 9 und hier haben wir schon ein wenig Platz um die Kurven so anzufahren, wie wir das für richtig halten und nicht, dass wir hier reingedrängt werden. Ach, komm, weg hier. Ach, das ist wieder nicht gut. Ja, genau, da verlieren wir richtig viel. Ach, schon final lap, wir sind noch sechster. also wirklich, es wird hier so richtig jeder Fahrfehler wird hier irgendwie total gleich sofort bestraft. Grafisch reißt es jetzt echt keine Bäume aus in dem Fall, aber das Gameplay stimmt einfach und das ist echt richtig cool. Erste ist schon im Ziel. Ich würde jetzt gerne einen Boost zünden oder so. Ja, sechster, leider. Nur zwei Sterne. Mich würde nämlich auch jetzt interessieren, was passiert, wenn wir hier bei der Experience auf das nächste Level kommen. Ja, sechster, das geht definitiv besser. The choice is yours. You can choose between sporty and speedy. Sporty is nimber, but speedy is top speedy is higher. Wo kann ich das? Ah, hier, jetzt. Sporty Wir nehmen jetzt mal hier den Speedy. Auch die KI-Spieler machen Kurt machen ab und an Fehler, so wie man jetzt hier beim Fehlstart gesehen hat. Komm, ja, 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 das ist, das war jetzt, finde ich, ganz gut. Oh, da geht's runter. ja, je mehr ich hier rum fahre, umso mehr habe ich das Gefühl, dass hier für mich, für meine Fahrkünste ein Auto mit besserer Beschleunigung besser wäre. Weil ich komme hier nicht so viel oder so lange zum Top Speed, zum richtig Gas geben. Ich brauche hier mehr Kraft aus der Beschleunigung. Oh, das war schlecht. Oh, das war schlecht. Okay, wir brauchen das. Hat jetzt einer Kurven Gott geheißen? Ach, ich habe schon wieder Min Verstoppen. Ja, ich bin letzter. Danke. Schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen aufholen können. Also für einen Stern wird es wahrscheinlich nicht reichen. Aber vielleicht bekommt man auch so Erfahrung. Also Erfahrung bekommt man auf jeden Fall, aber auch vielleicht auch Erfahrungspunkte. Das ist cool. Oh, oh, oh. Ja, Position 16. Ja, leider, leider nicht richtig gut. Catching the Drift. Mit Drifty fahren wir hier. Wow, ja, okay. Das ist wirklich Drifty. Ja. Wow, okay. Aber es ist auch oft so, dass bei solchen Spielen die KI total auf einen Fahrzeugtyp optimiert ist. Also mit einem Fahrzeugtyp, die richtig gut fahren und mit den anderen wirkt es richtig schlecht. Aber hier wirkt es echt so, als hätten die alles richtig schön optimiert. Also es ist echt eine Herausforderung wie die gegen die KI. Das muss man schon sagen, das ist richtig cool. Oh, das war schlecht. Das ist schlecht. Also man verliert schon richtig viel an Geschwindigkeit, wenn man die Strecke hier verlässt und ein bisschen in die Sandbänke hier reinkommt. Wow! Ja, Position 11. Weg hier. Ah, schon wieder. Aber ja, man hat eigentlich nie das Gefühl, nicht Herr der Lage zu sein und somit hat man auch nie das Gefühl, dass man irgendwie nicht schuld hätte an den Fahrfehlern. So, Promotion Coming ist hier gestanden. Ah ja, wir sind jetzt Carwasher. Sehr cool. Und wir haben hier schon ein paar weitere freigeschaltet und okay, hier sind Time Trials Risk Challenges. das gibt's hier und wie gesagt ordentlich viel im Workshop und eben, man kann Custom Games machen, man kann online spielen, Recordings, man kann seine Rundenzeiten aufnehmen, man kann glaube ich auch irgendwo Recordings runterladen, Moment, kann, nö, okay, aha, Demo, okay, also man kann sich auch eben Aufnahmen von anderen Spielern, oh ja, okay, ah, jawohl, das ist ja irre, wow, das ist ja cool, cool, ja, und ich glaube, man kann sich vorstellen, wie viel Spaß und gleichzeitig wie viel Frust da im Multiplayer auftauchen, äh, aufkommen kann, das hat ja richtig schon, äh, das nimmt ja Trackmania Ausmaße an hier, mit beweglichen Hindernissen, das ist cool, das ist cool, okay, ich, ich würde sagen, wir schauen uns noch, Sokka, was ist hier, nein, das ist ja mal Chaos pur 10 gegen 10 1 oh, rot führt 13 0 oh, knapp, oh, ein Stangenschuss, 4 zu 0 für rot, das ist ja, das ist ja Chaos pur, würde mich interessieren, ob man auch eine Variante dann spielen kann, wo es vielleicht nur einen Ball gibt, wo man wirklich dann so quasi wie eine Art Rocket League nur 10 gegen 10 spielen kann, das ist auch sehr cool mit den Spuren, 7 zu 2 3 ich hole ihn auf, 7 zu 3 8 zu 4 es geht nur noch 17 Sekunden, also blau wird es wohl nicht mehr schaffen fast ein Tor hier noch wieder fast ja sehr cool Weapon Battle Deathmatch was also ich glaube ja ja ist das cool ich glaube alleine hier diese Recordings diese Replays zeigen schon wie vielseitig dieses Spiel ist es kann ein klassisches Autorennen sein es kann aber auch eine Art Fußball sein es kann ein Deathmatch sein und das Ganze auch mit vielen verschiedenen Fahrphysik Möglichkeiten ich meine wenn man das hier zum Beispiel mit Drifties spielt spielt sich das wieder ganz anders als eben mit diesen Autos sehr cool aha Geschwindigkeit go forward in time sehr cool man kann auch hier die Kameraperspektive umstellen jetzt ah das wird nix das das ist auch wieder mit 19 Leuten es ist glaube ich gar nicht einfach hier jemanden zu treffen umso befriedigender ist es wahrscheinlich wenn man wenn man mal richtig trifft vielleicht auch mal wenn man mal hier aus der Entfernung jemanden trifft war der war knapp ui zwei sind noch da also eigentlich nur diese beiden hier oder wie wow wow richtig gut sehr cool okay ich würde sagen da hier sieht man es auch campaigns single player journeys aha ich könnte hier vehicle AI lab mit waffen oder ohne waffen sehr cool okay ich würde sagen das war's für heute vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal ciao 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 Ja!